Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bier. Begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer weiteren ÖPNV News hier am Ostersonntag. Leute, heute ist Ostern. Unglaublich. Es gibt ein neues Video von TMS Studios mit dem Titel The Buzz. Es gibt weitere Updates für den Busumulator und Susi 3. Das alles und mehr haben wir jetzt hier direkt in den News. Konsolenspieler aufgepasst. Als Vorbereitung für den am 14.04.2020 anstehenden Release der offiziellen Kartenerweiterung haben wir soeben die neuesten Updates für den Busumulator auf PS4 und Xbox One veröffentlicht. Neben einer Reihe von Bugfixes und Spieleverbesserungen enthält das Update insbesondere auch noch einmal eine Reihe von Performance-Optimierungen. Hier habt ihr eine kleine Übersicht der Änderungen. Performance-Verbesserungen für verschiedene Abschnitte auf der Karte, Ladezeit des Spiels wurde deutlich verkürzt, Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen für das User-Interface. Einige Bugs im User-Interface wurden behoben, Tutorial wurde aus dem Sandbox-Modus entfernt, einige Bushaltestellenansagen arbeiten nicht korrekt, diese wurden jetzt behoben. Ein Bug, der dazu geführt hat, dass der Beitritt zu Multiplayer-Spielen fehlschlug, wurde behoben und diverse kleinere Bugs. Das Ganze wird natürlich auf den Konsolen automatisch installiert, also wenn ihr das nächste Mal den Busumulator starten solltet, dann sollte bei euch schon die neueste Version installiert sein. The Buzz, TMI Studios haben ein neues Video präsentiert, wie das Ganze jetzt ausschaut in der aktuellen Alpha. Das Ganze ist natürlich noch nicht die finale Fassung. Lange habt ihr auf neues Filmmaterial der aktuellen Entwicklung von The Buzz gewartet und heute können wir euch endlich unsere neuesten Fortschritte zeigen. Die Entwicklung geht stetig voran und wir können uns kaum erwarten, in Zukunft endlich noch mehr von unserem neuen Stadtbus-Simulator mit euch allen zu teilen. So, der Text aus dem Video, den vollständigen Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch sehr gerne angucken. Ich finde, das sieht super super aus, allerdings ist mir das Ganze schon wieder einen Tick zu bunt. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Lassen wir uns überraschen, wie es jetzt hier in Zukunft weitergeht. Einen aktuellen Release-Zeitraum gibt es hier noch nicht. Wir bleiben aber bei TMS Studios, denn die haben jetzt einen weiteren DLC veröffentlicht für den Tourist Bus Simulator oder den Fernbus Simulator. Und zwar der W906 DLC ist jetzt auf Steam erhältlich. Das Schöne hier ist, wenn ihr den Bus für das eine Spiel kauft, bekommt ihr das automatisch für das andere Spiel mit. Also, solltet ihr euch den jetzt für den Fernbus Simulator kaufen, bekommt ihr diesen automatisch für den Tourist Bus Simulator und umgedreht. Einfach mal vorbeischauen, so ein kleiner Mercedes Sprinter könnte doch hier ganz, ganz nett sein, damit so ein bisschen über die Insel zu cruisen. Gehen wir zu Zuzi. Zuzi hat auch ein neues Update, ein großes Update. Tatsächlich, die Steam Version wird natürlich automatisch installiert und alle Stickbesitzer müssen es manuell wieder installieren. Unter anderem wurde hier die LZB-Führungsgrößen und Riecherstellung korrigiert, Taktzug anlegen wieder korrekt, Fehler beim TCP-Dateiversand wurde behoben, LZB-Zugdatenanzeigen korrigiert, Schummelfenster zeigt keine Rangiersignale mehr an, Oberstrom, Grenzwertüberwachung modifiziert, Öffnendialog, Verhalten, Anfangspfad geändert, Türsystem BR481 und so weiter und so fort. Das Ganze packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung mit rein, könnt ihr euch das komplette Update einfach mal durchlesen. Aber das ist schon wieder eine ganze, ganze Menge. Ja, und dann bekommen wir auch schon zum Ende unsere News von heute hier am Ostersonntag. Ihr habt gesehen, wir haben auch eine kleine Überraschung für euch ins Osterlist gepackt und zwar für den Tabletop Simulator könnt ihr euch jetzt in Berlin Traffic und United Nations kostenlos herunterladen. Ein großes Dankeschön an das Lotus Team, die das Ganze ermöglicht haben, dass wir das Ganze hier veröffentlichen dürfen für den Tabletop Simulator. Als kleines Anliegen hier noch zu sagen, wäre natürlich schön, wenn ihr den Entwickler trotzdem weiterhin unterstützt mit Berlin Traffic und United Nations. Da könnt ihr das gerne kaufen für 2,90 Euro jeweils auf Steam. Wie gesagt, ich packe euch alles unten in die Videobeschreibung mit rein und ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zu den nächsten ÖPNV-News jetzt nächsten Sonntag hier wiedersehen. Und vielleicht haben wir ja denn schon wieder ein bisschen mehr News für euch. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch noch ein schönes Beisammensein mit der Familie. Bis dann, Tschüss! 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 Vielen Dank.